Bobby Box – Erstes Abenteuer – Mississippi-Fahrt Durch die weiten Steppen Orkansors, durch Sonnenbrand, hohes Gras und lichten Busch wälzen sich träge die Fluten des Mississippi. Eine Tagereise von Greenville entfernt hatte ein Ohio-Dampfer nach längerer Rast die Trossen gelöst, um weiter Strom aufwärts zu fahren. Schwere Sottfahnen hingen aus den Schornsteinen des mächtigen Raddampfers. Sein Name, Ballerich, stand vorn, dick mit Teer draufgeschrieben. »Uuuuuh!« dröhnte es durch die flimmernde Luft, und der Mann auf der hohen Brücke grölte. »Los!« Da kam vom öden Land her noch ein verspäteter Fahrgast im Galopp. Es war Bobby Box mit seiner großen Reisetasche, der ein Stop über das andere rief. Aber das Schiff hatte den Steg schon ein gut Stück verlassen, und Bobby rannte den Bootsleuten in die Arme. Das waren zwei riesige Neger mit weißglühenden Augen und Lippen wie Leberwürste. »Anschluss ist verpaßt, Sir!« lachten die beiden Schwarzen mit gräßlich verzogenen Minen, und machten sich einen Spaß daraus, den feinen Herrn mal herzukriegen. »Ho, ho, ho, ho!« Bobby Box wurde einige Male hin- und hergependelt und flog dann in hohem Bogen übers Wasser. Bobby war expediert. Er erreichte das Schiff noch per Backbord. Das tat scheußlich weh. »Au!« Der Schwung wirkte so kräftig, daß Bobby weiterflog, durch eine Tür flitzte und in einen tiefen Ladeschacht fiel, der ihm mit finsterer Leere entgegengähnte. Glücklicherweise hatte sich der Griff seiner Reisetasche in den Haken einer Winde eingeklemmt, und nun ging es, am Tau hängend, klaftertief hinunter. Klaftertief? Das schien nur so. Bobby schwebte ganz langsam abwärts. Am andern Ende der Winde hing nämlich eine Orangenkiste, die fast so schwer war wie Bobby selbst, und die sein eigenes Gewicht bis auf ein weniges aufhob. Also ein Gleichgewichtsexempel, wie es im Lehrbuch steht. Bald war Bobby unten, und die Orangenkiste oben. Plumps! Das ging großartig, meinte Bobby. Aber... Er bekam plötzlich Herzklopfen. Schon wieder stand so ein gewaltiger Neger vor ihm. Auge in Auge! Hui! Wie gräßlich! Der schwarze Packer stierte wie ein Urwaldaffer, als er anstatt einer Orangenkiste plötzlich den komischen jungen Mann am Haken hängen sah. »Mordio, ich werd' gefressen!« Bobby ließ vor Schreck seine Tasche los. »Rrrrrr!« Sauste von oben die Kiste herunter. »Krax!« Der Neger war total perplex. Er bekam sie direkt über seinen Kopf. Das Holz zersplitterte auf dem harten Negerschädel, die Orangen sprangen wie Gummibälle nach allen Seiten. Aber unentwegt, als sei nichts geschehen, stierte der Neger weiter, stierte Bobby Box an. Der sah in seiner Angst die krebsartigen Stielaugen immer größer werden und zog sich ängstlich zurück, immer weiter rückwärts in den Laderaum. Aber die glotzenden Augen folgten, nahmen unheimliche Ausmaße an und wuchsen sich aus zu einem haushohen Alp. »Hu! Grausige Grimasse! So sieht eine Negerseele aus!« dachte Bobby Box ganz verwirrt und stieß dabei hinten an eine hängende Bananenstaude, die ihn mit ihrem Duft einhüllte. Das schreckte Spenst machte Pleite. Ah, es lachte etwas Greifbares! Etwas für Herz und Leib! Bananen!« Bobby griff hinein in die langen Früchte und verproviantierte sich. Dann wühlte er im Dunkeln des Laderaums wie ein Maulwurf und strebte Licht an. Endlich hatte er eine Sprossenleiter gegriffen, die ihm geeignet erschien. Er kletterte hinauf. Vorsicht! Dabei stieß er oben an eine Decke. Eine Luke lüftete sich. Hier also führte der Weg zurück zu seinen Zeitgenossen. Vergnügt schob Bobby Tasche, Stock und Hut durch die Klappe aufs Schiffsdeck. Doch bevor er selbst aus der Luke stieg, machte er sich über die Bananen her und sang mit vollem Mund, »Mimmele, Mimmele, Mumm! Bananen machen dumm, Bananen machen nen kleinen Fuß, drum send ich dir ein Paar zum Gruß, Mimmele, Mimmele, Mumm!« Eine Bananenschale nach der andern flog aus der Luke. Auf Deck war alles eitel Wonne. Man lag in der Sonne, plauderte, streckte sich und faulenzte. Drüben auf den langen Bänken saßen zwei alte Globetrotter in Zylinderhüten, Mr. X und Master Y und logen sich gegenseitig die Hucke voll. Aber die Strafe folgte auf dem Fuße. Schwipp, schwapp, zwei Bananenschalen kamen geflogen und klebten den beiden plötzlich an der Nase wie nasse Fledermäuse. Wutschnaubend suchten sie nach dem Übeltäter. Bobby Borgs schwang sich gerade akrobatenhaft leicht aus der Luke heraus. Er war von dem, was er nun sah, vollständig eingenommen und bezaubert. Unter einem der Schornsteine saß auf Kistchen, Taschen und Köfferchen ein außergewöhnlich schönes Mädchen mit einem Engelsgesicht. Ein weites Röckchen cremerosa mit vergißmeinnichtblauen Punkten, ein ganz kleiner Sonnenschirm und ein noch kleineres Sonnenhütchen standen ihr gut. Sie lächelte holzselig über Bobbys Kunststücke. Dieser aber war Kavalier. Voll grandeza bot er dem lieblichen Mädchen eine Banane an, nicht bevor er die Schale der Frucht nach allen Seiten heruntergezogen hatte, um sie so wie eine Blume zu überreichen. »Ich bin ein Dichter und mache Verse«, stellte er sich galant vor und machte ein Sonntagsgesicht. Sie nahm die Bananenblume mit einem feinen Lächeln und sagte ganz leise »Marigold«. Bobby konnte nichts anderes daraus entnehmen, daß dieses klangvolle Wort »Marigold« ihr Name sei. In seiner gehobenen Stimmung fühlte er plötzlich einen leichten Schreck, der wie etwas Dumpfes in ihn drang. Einem Schatten gleich glaubte er hinter dem Mädchen eine düstere Gestalt zu entdecken, die ihre stechenden Blicke auf ihn gerichtet hatte. »Him-hem-ham-hum!« hörte er die Gestalt murmeln. Ein teuflischer Rhythmus lag in diesem »Him-hem-ham-hum!« »Das ist der Teufel!« Davon war Bobby Box überzeugt. Und es war plötzlich in seinem Dichterherzen eine ausgemachte Sache, daß da, wo in der Welt ein Engel zu finden ist, es auch einen Teufel geben müßte. Er hatte keine Zeit, länger darüber nachzudenken, denn X und Y stürzten sich vor Wut platzend auf ihn. Die heiße Luft drückte in diesem Augenblick den Schornsteinqualm auf das Deck nieder und hüllte Bobby Box ein, was den beiden Wüterichen recht hinderlich wurde. Sie packten trotzdem fest zu. »Oh, Bobby, wie wird es dir ergehen?« flüsterte Marigold, die alles mit ansehen mußte. »Ping! Pang!« Es blitzten die Sterne, man hörte die Schläge, wie sie saßen, obwohl man vor Rauch und Qualm nichts sehen konnte. Doch als der Rauch sich erhob, mußte Marigold laut und anhaltend lachen. Mr. X und Master Y verkeilten sich beide ganz fürchterlich, und Bobby Box, der sich gleich hinter den Schornstein geflüchtet hatte, lachte jetzt mit Marigold um die Wette. »Ho, ho, ho, hihihi! Ho, 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 hihihi!« Die ganze Luft hing voller Lache. Bobby Box hörte zwischen dem Lachen das unheimliche »Himm«. »Hamm«. Er schielte zu Marigold hinüber und sah gerade noch, wie sie der dunklen Gestalt hinter sich einen Klaps mit dem Sonnenschirm verabreichte. »Still, Jim, und benimm dich!« hörte Bobby sie dabei sagen, und nun wußte er auch, daß der Teufel Jim hieß. Als er so hinter dem Schornstein hervorlugte, sah er auch noch zwei ganz kleine und sonderbar gekleidete Jungen, die mit Pusterohren und allen möglichen Schabernacken den Fahrgästen von hintenrum zu Leibe gingen. Darauf hörte er eine gellende weibliche Stimme. »Wo sind meine beiden Diabolen?« Bobby stand noch immer gebückt hinter dem Schornstein, und ihm kam alles, was er sah und hörte, traumhaft vor. Als er über alles noch einmal nachdachte, ahnte er nicht, daß die beiden Diabolen auch schon hinter ihm waren und ihm hinterlistiger Weise eine kleine Flasche an den Rockschoss banden, auf der mit großen Buchstaben Nitroglycerin zu lesen war. Da tönte die Schiffsglocke, und der Dampf verhielt. Bobby Box griff nach Reisetasche und Spazierstock. Gutes und Böses drängten sich in seinem Kopf, aber die Sonne strahlte so schön, daß er gleich wieder anzudichten fing. Die Mississippi-Fahrt war schön. Adieu, Partie, auf Wiedersehen!